Können wir die irgendwie... Ne. Hä? Wird mal. Können wir hier noch was machen? Hallo, Kletos? Mist, er geht nicht mehr ran. Okay. Was haben wir hier? Kitty, 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 Kitty. Kitty, hach wie süß. Hallo, Kitty. Wartet mal, sollten wir nicht die Katze rasieren? Was wir nicht machen sollten? Ich hab ne Idee, wir haben noch hier diesen Schwertfisch. Rasiermesserschiff. Schifffisch. Nicht Schiff, Rasiermesser, Fisch. Probier's einfach mal. Was soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Ach, egal. Das ist immer die Stoffkatze. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Oh, wenn ich die Katze seh, wie groß. Und rasier? Was hast du getan? Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss, Boss. Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Na, was ist deine Frage? Natürlich sitzt sie. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Arme Kitty. Brave Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. Aber das sind doch nur Zuckungen. Diese Frau leidet unter Spasmen. Bravo. Jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Äh, was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Liegt das nicht auf der Hand? Nee. Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Nee. Haha, und ich dachte schon. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Hehe, genau. Sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Hehe, rate doch mal. Dass ich zu Heilfischfutter verarbeitet werde? Bravo, du hast es erraten. Juhu. Oh. Hm. Ich habe Donner ein Angebot zu unterbreiten. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Ticke. Hehe, genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay, Donner ist ganz ohr. Hör auf ihn mal. Ich könnte doch bei euch einsteigen. Donner sagt nein. Aber nur zu. Schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Ticke. Hehe, genau. Dann sind wir uns ja einig. Wartet mal. Es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Sag tschüss, Ufus. Oh, oh. Oh, oh. Hä? Das war unangenehm. Wir sind wohl jetzt hier vorne. Hm. Hm. Das ist ja jetzt. Da war doch ein Hai oder sowas ein großes Viech drinne. Das ist ja jetzt mal. Komm hier nur. Nee, geht zum Waffenladen. Die kann nicht n'likes. Geh' noch mal gucken. Sind die weg? Nee, scheiße. Minigame wirklich übersp... Minigame? Das ist ein... Was für ein Minigame? Das ist mal nein. Was zum... Siehst du, was ich sehe, Donner? Offenbar hat ihm einmal nicht ausgereicht. Wartet mal. Das ist ein Spiel. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Nochmal? Hehe, genau. Das war auch mein Gedanke. Ähm, ich muss jetzt mal was... Ich muss die mal... Die macht doch immer... Hihihihi. Mhm. Oder so komisch. Ich will mal... Sag mir endlich, was dieses Zinkern bedeutet. Hehe, rate doch mal. Dass ich begnadigt werde? Dass ich begnadigt werde? Jetzt nickt sie. Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Nee, jetzt macht sie nee. Und ich dachte schon. Äh. Wie schüttelt sie mit dem Kopf wieder. Haha, und ich dachte schon. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Tick, ne? Hehe, genau. Hattet mal. Tick, ne? Dann sagt sie ja, dann sagt sie nee. Dann sagt sie tick, ne? Dann sagt sie ja, dann sagt sie nee. Warte mal. Als nächstes sagt sie ja und dann wieder nee, oder? Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Hehe, rate doch mal. Jetzt sagt sie ja, ne? Dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde? Nihihi. Bravo. Du hast es erraten. Yippie. Als nächstes müsste sie nee sagen. Oh. Wenn ich jetzt nur zu mache und die sagt nee. Nur zu, ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als die Gefahrs weiter erdulden zu müssen. Nee, sieht er? Jetzt nix sie? Jetzt sagst du gleich nochmal ja. Jetzt müsstest du nochmal ja. Sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Ähm. Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Wohlen wusste er den Namen noch. Bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Alter, das ist ja komisch. Aha. Jetzt kann ich mich hier auch frei bewegen. Guck an. Joho, Joho. Unorganisierte Verbrecher. Joho. Joho. Funkstation mit Donna. Habe ich mal mit der Rede? Ich probier's. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist bald drin. Hey Donna, irgendwelche Aufträge für mich? Tja, das muss leider warten. Ich habe meine eigene Mission. Dann gehe ich mal hier zur Brücke. Gucken, was da ist. Hä? Ach, hier und? Ach. Alles klar. Turnierhand. Na endlich. Meine eigene Turnierhand. Ach so. Ja, ich muss erst mal gucken. Ich dachte mir, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, das. Ach so. Sagt mal, jetzt kann ich ja eigentlich. Jetzt kann ich doch, jetzt kann ich doch, jetzt kann ich doch, jetzt kann ich doch, jetzt kann ich doch in den Haar, in die Spelunke und gegen den hier antreten. Na? Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Ich durfte jetzt gegen den Schnickschnacksschnuck spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Ich... Wie ist das Ganze hier doch gleich? Wie ist überhaupt der Einsatz? Wie funktioniert das hier doch gleich? Die Regeln sind komplex, das gebe ich zu. Aber im Grunde musst du dir nur drei Sachen merken. Schere schlägt Papier. Papier schlägt Stein. Und Stein schlägt Schere. Gespielt wird nur mit echten Turnierfingern. Jeder Versuch mit gezinkten Fingern zu spielen gilt automatisch als verlorene Runde. Alles klar. Okay, aber Stein wird überhaupt der Einsatz. Wer gewinnt, darf sich zwei Finger aus dem Deck des Gegners aussuchen. Was? Na, wir spielen um Finger. Was denn sonst? Wer zuerst bei einer Niederlage keine Finger mehr übrig hat, die er abtreten kann, verliert. Was, jetzt schneiden die mir die Finger ab? Ich steck aus. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Hä? Schnick. Schnuck. Schnuck. Was ist das? Wartet mal, jetzt muss ich mich erst mal hier. Ein Schwert. Das sieht aus wie eine Hand. Plus zwei, minus zwei Finger. Start, dann würde ich das an der Hand, an der Hand. Rufus Garlef. Vier, was ist denn ich jetzt einfach mal starten? Was ist das hier? Ich will nicht, ich mach einfach mal gut starten. Ha! Gewonnen! Du musst zwei Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Ach, zwei Finger von der Hand, vom Handschuh. Ah, lol, Alter, ich dachte schon, ich schneide den Finger ab. So, was ist das? Also, ich probier mal den Knopf. Das sollte reichen. Was ist das? Bringt mir das was? Aber was ist das? Probier. Wir sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Hä? Aha. Jetzt hab ich überhaupt keine Finger mehr. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Wieso geht denn das nie? Der hat ja alles voll hier. Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Psst. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So. Nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Nein, das kann nicht hin. An der Hand? Ach, wartet mal. An der Hand? Das ist die Hand, die ich... Okay, an der Hand sind zwei. Aber wartet mal. Ist das Stein, Schere... Nein, das geht nicht. Und alle sind Papier? Stein, Schere und alle voll wäre jetzt Papier. Stein, Schere, Papier. Ja. Ja, das klingt jetzt logisch. Nehme ich mal die Schere. Verdammt. Du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Dann nehme ich nochmal Schere. Mist. Nochmal Schere? Du spielst ganz schön riskant für einen Anfänger. Ähm... Wartet mal, der hat mich doch... Der hat mich doch besiegt, indem ich zweimal Papier... Also, ich hatte doch hier Papier. Und Schere, das sehst du? Der hat doch bis jetzt immer nur... Wartet mal, ich probier mal... Ich mach mal so. Der nimmt immer Schere, kann das sein. Stein, du machst dich wohl über mich lustig, hm? Na, warte. Jetzt habe ich zwei wieder. Jetzt müsste ich ja... Und das müsste jetzt Papier sein, ne? Ich probier mal aus, nochmal. Ja. Und der nimmt Schere immer. Gewonnen! Und dabei sind das meine Glücksfinger... Na ja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So. Nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Ja, ich sag einfach mal, ich nehm nochmal Stein. Ach, wenn man es raus hat, dann scheint es doch nicht so ganz schwer zu sein, wie ich dachte. Man muss erst mal dahinter kommen, wie das hier funktioniert. So, jetzt hat der... Nehme ich nochmal Stein. Mach so lange weiter. Der hat immer Schere. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hm? Na, warte. Hm. So, wartet mal. Jetzt hat er keine Finger mehr. Jetzt müsste ich Papier nehmen. Weil Papier... Der kann ja nur noch Stein nehmen. Hat er keine Finger mehr. Das heißt... Ich mach das jetzt einfach so. Unmöglich. Du... Du hast mich besiegt. Haha. Ich sag es immer wieder. Leg dich nie mit Rufus an. Hehe. Ich habe dich offenbar unterschätzt. Aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich es nochmal hören? Berat es aber niemandem weiter. Hehe. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Hahaha. Niemandem anderen außer Goal. Was? Ich brauche jetzt Alkohol. Hahaha. Ah, geil. Ähm. Gut, dann gehen wir doch gleich zu Goal. Ich sauber, wie gut. LRB Alles Gute. Die. 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 Untertitelung des ZDF, 2020